Die Universität Mozarteum befindet sich im Herzen von Salzburg, direkt im Zentrum und Salzburg ist auch weiter berühmt natürlich für Wolfgang Amadeus Mozart, den weltberühmten Komponisten, ist weltberühmt für Red Bull. Hier befindet sich die Firmenzentrale, was auch natürlich eine sehr gute Werbung für Salzburg selbst darstellt. Unsere IT-Lösung mit Microfocus ist bereits fast 25 Jahre alt. Das was doch sehr für das System spricht, wir waren nie gezwungen alte Systeme wegzuwerfen und durch komplett neue Systeme zu ersetzen, sondern wie gesagt die Basis dieses Levels ist noch gewachsen oder seither gewachsen, ist immer noch das Gleiche und je länger wir diese Systeme im Einsatz hatten, desto mehr andere Systeme kamen dazu, weil unser Herz ist das eDirectory. Da gab es sehr viele Systeme, dann gibt es sehr viele Systeme, die auf dieses System aufsetzen. Ob das jetzt WLAN-Authentifizierung ist, bei der Verwaltung unserer Accounts, das geht alles überall in Richtung eDirectory, was sozusagen hier unser Zentrum bildet. Der Erfolg unserer IT-Systeme kommt dadurch zustande, dass wir sehr verlässliche, sehr kompetente und gut erreichbare Partner haben. Die speziellen Vorteile liegen darin, dass wir am Haus ein bereits sehr, sehr langes Insider-Wissen haben und die Produkte auch dementsprechend gut betreuen können. Das geht einher damit, dass die Produkte sehr leicht zu administrieren sind, sehr verständlich sind. Es sind auch Systemänderungen sehr leicht durchzuführen. Wenn man nur das Beispiel GroupWise hernimmt, das transferiert man von einem Server auf den anderen, nimmt das Ding in Betrieb und es läuft wieder einwandfrei. Ja, unser Produktportfolio reicht vom eDirectory, das was das Zentrum unserer IT-Systeme bildet, über GroupWise, in Verbindung mit den ganzen Security-Produkten von Quava, wie auch Retain, Reload, Antivir, also wir setzen da auf eine sehr breite Security-Palette, über IDM zur vollautomatischen Verwaltung und dem Handling unserer Accounts, bis hin zu Filer, der sozusagen unseren Benutzern erlaubt, auch von extern jederzeit verlässlich auf ihre Dateien zugreifen zu können, bis hin natürlich zu SendWorks, zur vollautomatisierten Verwaltung von Clients, von Workstations und diesen Dingen. Was vergessene und gesperrte Accounts anbelangt, der in der Vergangenheit stark gemäht hat, setzen wir seit dem Jahr 2016, seit gut einem Jahr auf SSPR, auf Self Service Password Reset und wollen diesen Weg dann in das nächste Jahr hinein, 2018, so weit fortführen, dass wir hier dann in Richtung Advanced Authentication gehen. Ja, nachdem wir seit fast 25 Jahren sehr erfolgreich mit Micro Focus zusammenarbeiten und hier sehr, sehr gute Produkte bei uns an der Uni im Einsatz haben, spreche ich hier konkret von der Kunstuniversität Mozartium in Salzburg, einer Universität für Musik und darstellende Kunst, gehen wir davon aus, dass wir die Produkte von Micro Focus auch noch viele weitere Jahre erfolgreich einsetzen werden und wollen. Freizeit von Radio-Canada